Ich stehe hier vor Che Gustave in der Inselstraße in Berlin-Mitte, also südlich vom Alexanderplatz, grob gesprochen. Wir haben das getestet. Es ist ein französisches Lokal. Wir haben es getestet. Gestern Abend gab es lecker Rotwein und Kakao. Heute Morgen Frühstück mit Crocs Madame, also Toast mit Käse und Schinken und lecker Kaffeegabs dazu und Tee. Sehr, sehr freundliche Bedienung. Richtig leckere kleine Speisekarte mit so französischen Sachen, wie in so einem Bistro in Paris. Für mich sehr zu empfehlen. Che Gustave, Berlin-Mitte-Inselstraße. Bis zum nächsten Mal.